Als Cheese Production Assistant seid ihr bei uns direkt dem Chief Cheese Officer unterstellt. Also wir. Erfahrungen im Milking-Prozess und im Euter-Management sind von Vorteil, aber wir gehen gerne noch einwägen. Out-of-the-box-thinking. Disruption. Darum sind Quereinsteiger sehr willkommen. Wichtig ist einfach eine ergebnisorientierte Arbeitseinstellung und das grundlegendes Verständnis der Materie. Wie würdet ihr jetzt das Milchrühren angehen? Unkonventionell. Mir wäre interessant.